Und deswegen ist immer ganz wichtig, dass man dort in ein gynäkologisches Krebszentrum geht und eine zweite Meinung ist durchaus sinnvoll. Aber auch das ist auch wichtig, dass wenn man sich eine zweite Meinung holt, dann muss die Meinung ja auch eine gute sein. Also das heißt, wenn ich eine zweite Meinung mir einhole, dann würde ich immer das im gynäkologischen Krebszentrum machen. Es sollte auch jemand mir einen Rat geben, der selbst ja auch eine gute Struktur hat. Also die Gebärmutterkörperkrebserkrankung ist eine Erkrankung, die zum Glück uns Zeit gibt, nachzudenken. Es gibt ja Erkrankungen wie den Blutkrebs, die akute Leukämie beispielsweise, wo es ganz schnell zu einer Therapie gehen muss, ganz schnell zu einer Chemotherapie beispielsweise. Und beim Endometriumkarzinom, dem Gebärmutterkörperkrebs, hat man eigentlich Zeit, wirklich Zeit, weil das in der Regel Tumoren sind, die nicht so schnell wachsen. Und das heißt, man kann tatsächlich sich die Zeit nehmen, zu überlegen, welche Operation, so Gewebe schon wie nur möglich, wir versuchen bei Gebärmutterkörperkrebs minimalinvasiv zu operieren, entweder laparoskopisch durch dieses Schüsselloch oder Roboter unterstützt. Was wir zum Beispiel bei Gebärmutterhalskrebs nicht wollen, weil da gab es Studien, die gezeigt haben, dass das nicht sinnvoll ist. Bei Gebärmutterkörperkrebs durchaus. Und das ist auch unser Ziel und auch im Rahmen der Qualität eigentlich der bessere Weg. Nichtsdestotrotz sollte man aber, bevor man überhaupt eine Operation nachdenkt, erstmal das Gewebe sich angucken und eben diese molekularen Signaturen, diese Muster erstmal sich verdeutlichen, um zu gucken, welches Risiko hat diese Patientin. Brauche ich überhaupt eine Lymphknotenoperation und reicht nicht zum Beispiel eine Gebärmutterkörperoperation alleine und muss die gar nicht so radikal sein und so weiter. Und das heißt, ich brauche eigentlich bei Gebärmutterkörperkrebs, bevor ich über Operationen diskutiere, schon erstmal ein Tumorkonferenzkonzept. Und ich brauche erstmal Erfahrung von einem Zentrum und da ist meine Empfehlung gynäkologisches Krebszentrum. Da gibt es eine Zertifizierung von der Deutschen Krebsgesellschaft und mit allen Organisationen in Deutschland. Nicht nur für Gebärmutterkörperkrebs, sondern auch für Brustkrebs, für Eierstockkrebs und so weiter. Und das ist erstmal schon ein Qualitätskriterium. Und das sind Zentren, wo eben sehr viel zwischen Disziplin gesprochen wird. Da gibt es sogenannte Tumorkonferenzen und die können auch Ihnen Studien anbieten. Und bei Studien bedeutet auch immer, ein bisschen schon der Zukunft nahe zu sein und mit neuesten Therapien in Beziehung zu kommen und auch bestimmte Qualitätskriterien noch zusätzlich bei der Patientin zu garantieren. Und deswegen ist immer ganz wichtig, dass man dort in ein gynäkologisches Krebszentrum geht und eine zweite Meinung ist durchaus sinnvoll. Aber auch das ist auch wichtig, dass wenn man sich eine zweite Meinung holt, dann muss die Meinung ja auch eine gute sein. Also das heißt, wenn ich eine zweite Meinung mir einhole, dann würde ich immer das im gynäkologischen Krebszentrum machen. Es sollte auch jemand mir einen Rat geben, der selbst ja auch eine gute Struktur hat. Und das sollte man sowohl bei der Operation als auch mit der Anschlusstherapie, weil es häufig noch so ein altes Muster gibt, immer Chemo oder immer Bestrahlung. Und das wissen wir, dass das gar nicht immer sein muss. Und deswegen ist das wirklich meine Empfehlung, sowohl vor einer Operation. Manchmal ist man ja aber gelähmt und da ist alles schon passiert. Aber auch, wenn ich eine Operation, eine Chemotherapie, eine Immuntherapie, eine Strahlentherapie, eine Endokrine-Therapie thematisiere, dass ich da mir nochmal über ein gynäkologisches Krebszentrum eine zweite Meinung einhole. Und die Zeit haben sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017